Hier habe ich eine Aufgabe zur Auftragszeit. Sie können das Video nun stoppen, um die Aufgabe zu lösen, oder Sie lassen es weiterlaufen und bekommen noch einen Lösungshinweis. Nun zur Lösung. Die Auftragszeit setzt sich aus der Rüstzeit und aus der Ausführungszeit zusammen. Innerhalb der Ausführungszeit wird die Menge und die Zeit je Einheit berücksichtigt. Die Auftragszeit ist gegeben und die Rüstzeit ist auch gegeben. Damit können wir uns die Ausführungszeit berechnen. Danach können wir die Zeit je Einheit berechnen, indem wir die Ausführungszeit nehmen und durch die Menge teilen. In Teilaufgabe B wird nach der Grundzeit gefragt. Die Zeit je Einheit berechnet sich aus der Grundzeit, der Erholungszeit und der Verteilzeit. Die Erholungszeit und die Zeit je Einheit bereits in A berechnet haben wir bereits. Die Verteilzeit kann man auch zusammensetzen aus Verteilzeitzuschlag geteilt durch 100 mal Grundzeit. Somit haben wir in der Formel nur noch die Grundzeit, die Erholungszeit und die Zeit je Einheit. Und damit können wir die Grundzeit berechnen. In Teilaufgabe C wenden wir genau das gleiche an wie in Teilaufgabe B, um die Verteilzeit zu berechnen. Wir nehmen den Verteilzeitzuschlag, teilen ihn durch 100 und multiplizieren ihn mit der Grundzeit. In diesem Fall 10 geteilt durch 100 mal 4,5 ergibt für die Verteilzeit 0,45 Minuten.